Oh nein, 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 oh Das ist ein ... Das ist ... Das ist ... Das ist ... Das ist ... Ist jetzt an? Okay ... Ja, hallo Leute ... Ich werde heute ... mit YouTube aufhören, das ist jetzt echt eine schwere Entscheidung. Ich habe da mehrere private Gründe, warum ich das machen werde. Ich kann euch nicht alles erzählen. Das sind auf jeden Fall heftige Gründe. Das hat auf jeden Fall was zu tun mit meinen Brustwarzen. Es ist eine harte Zeit für mich und ich packe das nicht mit YouTube an und ich muss ab heute dann offiziell aufhören. Das ist echt heftig und ich glaube, das trifft euch auch, genauso wie mich, mitten ins Knie. Ich habe da auf einen Pfeil reinbekommen. Ero to the knee, sagen jetzt manche in den Kommentaren. Das ist vollkommen richtig. Das ist genau die Situation, in der ich mich gerade befinde. Es ist definitiv ziemlich hart für mich. Aber ich werde heute mit YouTube aufhören, ja. Boah, Alter, ey. Ist ja die gleiche Scheiße immer. Das ist echt zäh. Jedes Mal. Ich werde mit YouTube aufhören immer das Gleiche. Ich hoffe, das war glaubwürdig, ey. Nicht mal einer, der sich irgendwie Mühe gibt, weißt du. 1. April. Mach mal ein geiles Video. Deine Zuschauer erwarten was von dir. Mal so ein Gag. Weißt du? Was Gutes. Damit die Zuschauer auch mal kriegen, was sie, ne. Sich versprechen von so einem Abonnentemente. Weißt du? Und keiner macht was. Ich hör auf. Ich hör auf. Dann hör auf. Mann, ist mir auch egal. Dann mach's aber auch mal anders. Was? Was? Ich mach jetzt nur ein Gag. Ich hör jetzt nicht auf, ne. So. April, April.